Hallo! Grüß dich, Arme. Ich mag den Wedding sehr. Ich habe 30 Jahre hier gelebt, war jetzt in Reinickendorf lange und bin so froh, wieder in den Wedding zurückgekommen zu sein. Es ist schön, hier zu leben. Die Atelierwohnung ist recht groß. Ich habe die Möglichkeit, ein Zimmer als Atelier zu benutzen. Dort habe ich meine Radierpresse zu stehen, die Grafikschränke, meinen Zeichentisch. Und dann habe ich hier diesen Raum, in dem wir stehen. Das ist mein Präsentationsraum und es wird auch der Salonraum. Ich werde in regelmäßigen Abständen Salons veranstalten. Die werden jeweils unter einem bestimmten Thema stehen. Am meisten freut mich, dass Susanne wieder den Weg in den Wedding zurückgefunden hat. Dadurch, dass sich die ganze Szene hier so ein bisschen auch entwickelt, finde ich das wunderbar, dass sie hier zurückgefunden ist. Ich finde genauso wichtig, wie die Kunst erstellen, ist die Kunst zu präsentieren. Weil erst in der Präsentation findet sie die Rezipienten, die Betrachter, die dann das Feedback zur Kunst geben, die die Diskussion anreden. Und natürlich möchte ich mit meiner Kunst was erzählen. Das ist ja meine Hauptmotivation. Und dazu, wenn ich etwas erzählen will, brauche ich auch diejenigen, die zuhören.